vor druckauflage schon ordentlich bestellt worden auf amazon könnte aber auch direkt über meine website kaufmann der auf der homepage bis nach unten scrollt ja vorrangiges buch denke ich meinen konzentriert mein ganzes wissen über langzeit beziehung sehr komprimiert zusammengefasst genau gibt auch so ein bundle mit dem parkurs und ich will ich auch noch ob ich ein bundle machen mit dem people pleaser kurs so heute haben wir mal wieder andersrum das ganze mann hat geschrieben androvkolov und ist es ich sag ja mal bei männern habe ich immer das gefühl die date alle die gleiche frau also hier haben wir wieder ich will ja wirklich niemand anträgern aber es gibt halt sag mal so jedes geschlecht von den 25 geschlechtern ist natürlich gibt hat so seine fallen sag ich mal bei männern ist es halt so diese diese volatile manchmal ein bisschen instabile frau diese so eine liebessucht treibt bei frauen ist es so dieser etwas narzisstische mann der bad guy so ne und also jedes geschlecht sorry wenn ich so ausdrücke hat seine seine schwächen sozusagen muss immer wieder darauf rein fällt weil so eine pseudopolarität glaube ich auch mitgebracht wird und weil auch natürlich bei beiden diesen form sag ich mal viel love warming und diese ganzen sachen im spiel sind und hot and cold aber genau heute mal wieder aus der sicht des mannes lieber christian erst mal vielen dank für deine arbeit ich habe dann am besten beiden ersten module gemacht kann ich nur jedem empfehlen der hier meine videos guckt und sein beutelschema verändern will vielleicht auch für diejenigen die neu sind umprogrammierung des liebes codes mein signature online kurs wie man heutzutage so sagt wo man nicht so ja die haben glaube ich schon muss ich eigentlich mal gucken ich glaube wir kommen da langsam schon an krasse zahlen ran wow habe ich es doch im blut gehabt da wenn wir auf jeden fall eine aktion machen denke ich muss ich mir heute mal überlegen wir kommen bei umprogrammierung des liebes chips kommen sie langsam an die zehntausender marke wahnsinn haben schon jetzt fast zehntausend leute gebucht also holt euch qualität rein wenn ihr euer beutelschema verändern wollt immer die gleichen blutbeziehungen habt und da wird es bestimmt bald eine aktion geben wenn wir so richtung fünfstellig gehen ja gut krass wahnsinn so genau jetzt aber machen wir mal weiter im text so hängen trotzdem noch voll durch mein name ist ja man muss es auch dann anwenden und deswegen gibt es ja bei mir auch modul 0 noch immer so im liebeskummer hängt das ist ja manchmal so der häufigste einstieg bei mir so aber gut da kommen vielleicht noch mal zu mein name ist karlow kopf und die trennung von meiner ex karlow kopf ist sechs wochen her ein jahr beziehung ich habe das gefühl es wird eher schlimmer als besser im kopf sind die dinge klar aber das haben sie haben sich bisher nicht in ein gefühl transformieren können vielleicht hast du einen tipp meine ex freunde war extremst eifersüchtig man muss sagen wahnhaft eifersüchtig ja das ist jetzt kommen wir schon zu diesen ganzen sachen also liest mal über dieses oder hört man über dieses ganze wahnhaft oder oder jetzt irgendwelche diagnosen hier das spielt alles keine rolle also schaut euch einfach diesen typ vor so ne dieser denke das kann man ganz gut es war ganz langsam aber es gab im verlauf der beziehung eine zunehmende tendenz jegliche weibliche person in meinem leben wurde zur gefahr für sie sie dachte ständig ich würde nebenher affären geheim betreffen und vor allen dingen sex chats am laufen haben ich konnte ja wetten also nur meine beschränkte lebenserfahrung weil ich auch erfahrung habe in solchen prozessen dass sie geheime sex chats am laufen hat ich könnte könnte für wetten ich würde auf so einem stand würde ich da würde ich da echt 1000 euro drauf werden dass sie sex jetzt am laufen hat das ist projektion sie dachte sogar mal ich stehe eigentlich auf männer okay vorab niemals habe ich irgendwas in dieser richtung gemacht ich war zu 100 prozent treu ja das sind häufig projektionen ich wollte das früher auch nicht wahrhaben und dann wird immer vorgeworfen du machst irgendwas ich kenne das auch man war mal joggen und dann auch so schützt ja kommst du bei ihm irgendjemand aus dem bett oder das ich weiß ja das ist du denkst ja ich bin so knochen trocken treu wie nur irgendwas das ist natürlich auch muss man mal sagen im plus bowl ist es immer leichter treu zu bleiben so muss man jetzt auch sagen wobei diese art von frau die beschreibst die schwankt wahrscheinlich ständig zwischen plus und minus so aber der mann dazu ist meistens so im plus bowl und oder es ist so ein ein krasses match was es echt häufig gibt und ja dann dann ist natürlich leichter da fein zu sein aber trotzdem man hat nichts gemacht also ganz im gegenteil man wird dann immer noch ich mach gar nichts guck mal hier ist mein handy und dann liegt das problem ganz woanders ich würde da mal in ihr handy reingucken aber gut ist es spielt jetzt eh keine rolle mehr das würde mich das würde mich richtig misstrauisch machen begründen konnte sie die dinge nie es war einfach so ein gefühl ja ich könnte absolut verwenden die anlässe wurden immer absurder und ich konnte irgendwann ihren gedanken und der kreativität ihres misstrauens gar nicht mehr folgen also sie kontrollierte mich mit video anrufen war nicht wo online war ich habe sogar mehrmals mein handy gezeigt haben wir es ja schon ja das sind das können wir jetzt das spiel können wir jetzt stundenlang weiterspielen die frage ist warum müsste man jetzt zusammengeleben wo ist da die lücke in deinem in deiner aura dich wie ich das immer sage dass du solche frauen date ist ne was ich meine das war jetzt nur ein jahr aber das wäre mir jetzt ja nicht schreiben wenn es dir nicht schlecht damit geht jetzt und das ist immer die frage kann man kann jetzt stundenlang darüber reden warum ist sie so wie sie ist und wieso ist sie so und warum war sie so und aber warum wolltest du sie partout daten das ist eigentlich die entscheidende frage ne die anlässe wurden immer absurder und ich konnte irgendwann ihren gedanken der kreativität ihres mussten das hatten wir schon wiederholt wollte und hat sich auch getrennt und oft nicht kompatibel füttert heiß und kalt ne jemand das ist so der entscheidende punkt ihr könnt jetzt gibt auch diese ganzen narzissten kanäle im internet da könnt ihr euch hundert stunden lang berieseln lassen wie böse narzissten sind oder narzisstin oder oder nicht dass es seine ist jetzt hier aber oder borderlinerin oder whatever könnt euch wirklich tag aus tag ein wie schlecht die welt ist und es wird euch nicht weiter also ein bisschen vielleicht schon will ich es gar nicht abstreiten aber über einen gewissen punkt wird es euch nicht weiterbringen weil ihr bleibt immer in so einer opferposition und es ist auch immer dieser mythos von empath und narzisst ich bin der empath ich bin der gutmensch und ja mach ja sein aber trotzdem date ist so die falschen person so aber so on off ist auch so typisch naja aber das macht dann halt so süchtig irgendwie so das war mal ihr medium zur konfliktlösung ja sehr reif auf jeden fall irgendwas zwischen ich liebe dich so sehr und das macht alles keinen sinn zum beispiel hat sich am letzten tag uns urlaubs einfach so morgens getrennt ja da ist die bindungsangst wahrscheinlich wieder reingekickt oft haben wir diese person wie du hier beschreibst haben so ein desorganisiertes bindungsmuster oder oder man könnte auch sagen ja die sind bindungsängstlich unverlustängstlich so es geht ständig hin und her hat auch oft keine schönen gründe dass das so ist bei denen aber du bist ja nicht der therapeut ne ja dann haben wir es wieder versucht und es war alles nur noch schlimmer ich merkte von anfang an dass irgendwas nicht stimmt aber jetzt habe ich aus jetziger sicht aufgrund meines geringen selbstwertes untersucht nach der illusion es könnte alles so schön sein nicht aufhören können obwohl sich der verstand schon lange gemeldet hat naja häufig war das ich will das auch ich glaube nicht dass ich das irgendwie extra gemacht hat dies einfach so aber jetzt sicherlich auch viel love bombing betrieben haben schreibst du zwar nicht aber könnte ich für wetten und dann wenn man irgendwelche selbstwertprobleme hat ist man da total anfällig für deswegen muss immer gucken was sind meine kannst du auf auf ihrer spielfläche nicht spielen so ne du kannst du auf deiner spielfläche spielen warum will ich unbedingt daten und wie gesagt so dieser typ frau sage ich jetzt mal so ein bisschen flapsig ist total interessant für viele männer das ist genauso wie der bad guy für viele männer total interessant erfülle frauen total interessant ist für männer vielleicht auch genau das ist ja auch musste euch auch wenn ihr queer seid und das hier guckt denkt euch das einmal ein bisschen um das sind immer die gleichen mechanismen auch viele queere beziehungen sind können ja auch höchst toxisch sein aus immer den gleichen gründen so ne ja also und genau und mit diesem love form jetzt entsteht dann diese illusion hoffentlich hat man dann auch der plus pro seite gibt es auch so eine fantasiesucht die man schon als kind aufgebaut hat das heißt man ist immer so ein fantasie das könnte jetzt aber das könnte jetzt oder die wird alle meine probleme lösen das kann man glaube ich nur verstehen wenn man selber mal erlebt hat ne und wie gesagt das ist bestimmt ein total faszinierender mensch seine freundin so nur dies halt wie soll sagte ich mal wie so eine sirene ne kennt ja diese sirenen die da bei odysseus irgendwie auch irgendwelchen felsen singen und dann wenn man verfällt ihrem gesang und dann ziehen sie an in die tiefe so ne so ist die glaube ich ne und sie kann wahrscheinlich nicht viel dafür, nur das, dein Problem bist du, ne, so. So, zwischendurch gab es natürlich extreme Liebesbegründungen, ah ja, da haben wir es ja schon, und Dopaminduschen, ja, also es entsteht nirgendwo mehr Dopamin, als in diesen Beziehungen, warum? Weil, Dopamin ist das, der Neurotransmitter des Habenwollens, ne, dass ich hab's noch nicht, aber ich hätte es fast, und das ist ja genau, was in diesen Beziehungen immer passiert, ne, also bei Andersrum, wenn die Konstellation ist Andersrum, ist es auch genau das Gleiche, also du hast immer das Gefühl, fast hast du was total Geiles, ne, das ist halt wie bei Drogen, fast hast du jetzt hier die absolute Erlösung, so fühlst du dir das an, ne, aber du kriegst es nie, und dann entstehen diese Dopaminspikes, so, also, weil entstehen die so, wenn du, du kriegst es nicht, du kriegst es nicht, du kriegst es nicht, du kriegst es nicht, und dann ist sie plötzlich total lieb und nett, und ganz warm und offen und verständnisvoll, und dann hat wir einen schönen Versöhnungstex, und die ganze Nacht, und, äh, ja, es ist, äh, wunderbar, wie Drogen, also ich will, nicht, dass ihr jetzt auch denkt, dass ich hier Drogen propage, aber das ist wie Drogen natürlich, was für einen Moment, äh, ganz cool sein können, weil vielleicht erinnert euch noch an mein Video, ähm, elf harte Fakten, wie man wissen sollte, das hat hier die, das sehen wir ja auch in dieser E-Mail, diesen abnehmenden Grenznutzen, ne, das ist, also, die ersten drei Monate ist das cool, und dann wird's immer schlimmer, es wird immer schlimmer, der Nutzen ist immer kleiner, äh, der Kick, genau wie bei Drogen, der Kick ist immer kürzer, und das Elend ist immer mehr, so, es läuft immer so, ich hab die Welt nicht gemacht, man kann nur nach den Regeln der Welt spielen, und man lässt es halt, ne, so, daraufhin folgt aber sofort wieder ein Tief, sobald wir uns mal eine kurze Zeit nicht gesehen haben, oder nach einem Wochenende jeder in seine Wohnung zurückging, ging es los, obwohl alles, äh, gerade noch schön war, etwas stimmt nicht, es ist kein Gefühl mehr da, irgendwann ist alles anders, und so weiter, äh, jedes Mal war etwas anderes, ein Gefühl der normalen Liebe oder Verbindung, wie ich es aus anderen Beziehungen kenne, konnte sie nicht halten, ähm, als wir, ja, das ist auch keine Liebe, das ist, das ist, Liebessucht, das ist, oder toxisch, also ich weiß nicht, wie soll man das nennen, sag mal, der Unterschied zwischen Spaß und, und Glück, da ist bestimmt eine Menge Spaß, außer wenn es nicht spaßig ist, aber es ist wenig Glück, das ist, also für mich hat das mit Liebe nichts zu tun, das ist Hormone, Bindungssysteme, die Alarm laufen, und, wie gesagt, wenn man sagt, äh, Drogen gehören zur Menschheit, da kann man auch sagen, diese Beziehungen gehören zur Menschheit, und oft diese Momente, diese Beziehungen, die hängen einem vielleicht auch noch viel im Kopf, fest, weil, weil natürlich das Gehirn denkt dann an diese Sachen, ähm, an diese schönen Momente so, ne, aber das ist, äh, wenn du aufhörst mit Drogen, ist genau das Gleiche, dann denkst du halt an diese Drogenparty, ne, wie geil das war, und ich, ich weiß gar nicht, ich kann ja immer wieder das Gleiche zu sagen, ihr müsstest entscheiden, wie ihr euer Leben verbringen wollt, ne, und du auch, also ist das jetzt das, wie du, ist das jetzt dein Konzept, ähm, da muss man gucken, geht auch bald wieder die Drama-Challenge los, ne, Anti-Drama-Challenge, besser gesagt, habe ich so ein Drama-Ding, bin ich selber jemand, der dazu neigt, Sex, ich weiß jetzt nicht, ob du sowas schon öfter hattest, dann sollte man dringend dran arbeiten, es sei denn, man sagt, hey, das, das genau, es gibt Leute, die sagen, das genau will ich jetzt immer wieder, hab keinen Bock auf sichere Beziehungen, ne, ja, dann, dann ist es das eben immer wieder, nur das, ist es oft nicht wert, weil es einen total runterzieht, wie dich ja auch, so, ne, ja, äh, so, viele leidenschaftliche Momente, ja, das kann mich, können wir uns alle vorstellen, den toxischen Sex jetzt hier, daraufhin folgte wieder das Wort ein Tief, sobald wir uns mal eine Kurzzeit nicht gesehen haben, oder nach einem Wochenende jeder in seiner Wohnung war, ging es los, obwohl alles gerade noch schön war, etwas stimmt nicht, es ist kein Gefühl mehr da, irgendwas ist alles anders und so weiter, jedes Mal war es etwas anderes, ja, dann kickt wieder die Bindungsangst rein, ich will dir das auch nicht, ich sehe überhaupt keine Intentionen bei ihr so, ne, nur, das ist ja häufig so, dass dann die Good Guys wollen dann die Frau immer retten, ne, das ist eigentlich immer bei Männern, dass die so ein Retter-Thema haben, du kannst sie nicht retten, ne, sie muss, so, du kannst sie nicht so, guck mal, mich kannst du jetzt lieben, weil ich bin so ein netter Kerl, so funktioniert das nicht, ne, die kommt vielleicht mit dem, mit so einem, äh, weiß nicht, nicht, superpolaren Mann, der, der nichts durchgehen lässt, sag ich mal, kommt, wird sich vielleicht sogar besser klarkommen, ich weiß nicht, dass es jetzt so nicht polar ist oder so, aber, ähm, oft gibt es für solche Frauen so zwei Matches, dass entweder so jemand, der so ein bisschen pluspolig ist oder jemand, der, ich will es nicht sagen, Arschloch ist, aber, ist auch nicht gut, ne, aber, äh, der überhaupt so, dachte hier so, sorry, ne, du, äh, mir gibt es überhaupt kein Spiel hier so, beides nicht so gut, die, sie braucht natürlich, weiß nicht, was sie braucht, keine Ahnung, aber somit, wenn dann der Mann zu nett ist, dann verlieren diese Frauen häufig das, äh, den Respekt noch umdrein, also du kannst, also, also, das ist doch völlig egal, was mit ihr ist, du kannst dich nicht retten, musst dieses Retterding raus und vor lassen, aber man muss dir jetzt auch nicht unterstellen, dass du jetzt extra machst oder so, ne, machst du ja auch nicht, ne, äh, ein gefühlter, normaler, lieber Verbindung, wie ich es aus anderen Beziehungen kenne, konnte sie nicht halten, als wir in einem anderen Urlaub waren, war alles okay und in der ersten Nacht zu Hause war, wie alles wie vorher, wie ein Kind, das nicht versteht, dass Mama noch da ist, ja, ich sehe schon so, dass du im Rettermodus bist, vermutlich mal, not your job, du sollst dir einfach daten und nicht heilen oder so, ne, da kannst du auch nichts machen, ne, sie sagte, ich kenne das Verhalten aus verhörigen Beziehungen, aber nur bei mir sei es so schlimm, ja, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, äh, wie gesagt, du kannst ja nur auf dich gucken, ob du vielleicht auch zu pluspolig agierst, nur, eins kann ich dir sagen, es gibt hier kein richtiges Verhalten, was nicht zu Problemen führt, ne, das zeichnet einfach nur, dass ihr beide eure Themen habt und mehr ist es eigentlich nicht, ne, ähm, so wurden ständig neue wechselnde Gründe dafür gesucht, in der Regel immer bei mir, was ich immer, was mich immer aktivierte, äh, sie versuchte sich in Therapie zu begeben, die Anfangsdiagnose lautete Borderline, also sie sagt, ich will dir überhaupt, Borderlines, schlimme Erkrankung, wenn das jetzt so ist, ich, ähm, hab hier auch keinen Borderline-Kanal, ich hab, ich, ich beschreibe einfach, die Probleme, die in solchen Beziehungen sind, ich, ich hab die Welt nicht gemacht, so, ne, und ich hab überhaupt nichts, falls sich irgendjemand wieder getriggert fühlt, der auch so ein, so ein Label hat, äh, weiß nicht, ich find das sind fantastische Menschen, total interessant, und Beziehungen sind halt, und nicht bei allen auch nicht, ne, überhaupt nicht so, ne, äh, bei manchen sind halt Beziehungen sehr schwierig, ne, bis, bis es eben bearbeitet ist, so, ne, aber, ähm, genau, ist ja gut, wenn sie, ähm, Therapie will, nur, in welchem Zeitraum soll das denn, also das ist auch wieder so ein, so ein Brocken, wo man dann denkt, ach, jetzt geht's in Therapie, ja, in welchem Zeitraum wird das denn wohl besser, und, äh, wenn man mal, das ist so meine These, wenn man mal einmal liebessüchtig war, ist die Beziehung sowieso verbrannt irgendwie, und von daher, spielt es für dich keine Rolle mehr hier so, ne, es kommt hinzu, dass sich ihre notorische Eifersucht so weit steigern konnte, dass sie schon einmal in Ohnmacht gefallen ist, boah, krass, das ist ja wie zu freudischen Zeiten hier, so in Ohnmacht fallen, ähm, ähm, jetzt nur mal so, dass ich, ich habe keine Ahnung von deiner Freundin, äh, wie gesagt, äh, nur mal so als, als, äh, theoretischen Input für euch, es gibt ja auch noch, Histrionie und solche Geschichten, ähm, ähm, das hat man oft gar nicht so auf dem Zettel, weil so in Ohnmacht fallen ist eigentlich so was Histrionisches eher so, ähm, ähm, nur ist es überhaupt nicht besser, also ich wollte nur sagen, es ist nicht immer Borderline, aber das jetzt nur so als, ich kenne die Frau nicht, äh, wollte es nur mal so als schlauen Fachspruch irgendwie reinbringen, ähm, weil oft hat man dieses Histrionische nicht so auf dem Zettel, so bei Männer als bei Frauen auch nicht so, was auch extrem Liebessucht auslösen sein kann, so, obwohl das nicht unbedingt border, aber das fällt ja in Zukunft eher alles weg, ist auch Wurst. Also, es war ein Dauer oft das Gefühl, ein Minus zu sein, ich musste mich anstrengen, damit wir auf Null oder ins Plus kommen und dann war wieder alles ein Minus, aber nie ein konstantes Plus, sie war sehr körperlich, brauchte Sex zum Fühlen, das ist die andere Falle für viele Männer, dass diese Art von Frauen häufig extrem sexuell sind, so, ne, die sind eigentlich wie so ein Typ, ne, die sind eigentlich, manchmal sind die wie ein Mann, nur in weiblich so, ne, ähm, also was Sexualität angeht, also sehr, auch so sehr pushy, was Sex angeht und so, aber auch häufig so, ach komm, lass uns gleich, gleich, äh, tick, 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 so, ne, zack, 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 auf dem ersten Date, nicht, dass das falsch wäre, aber dieses Pushige so, ne, ähm, genau, weil, weil das hier auch eine Funktion hat, so, ne, um sich so am Laufen zu halten, auch Bestätigung zu bekommen, so, als Mann denkt man immer so, oh, Jackpot, ne, Jackpot, die will immer Sex haben, geil und alles, alles und von vorne, von hinten, alles, die macht alles und, und boah, ich hab voll den Jackpot, bis man irgendwann merkt, ach du Scheiße, mir geht's immer schlechter, so, ne, das ist so das nächste Problem, ne, äh, sobald wir einmal keinen Sex hatten, war das auch verdächtig, äh, ja, jetzt Sex und eine andere liebst mich nicht mehr und so weiter, ich denke, das musst du alles als Projektion sehen, sie fällt aus der Liebe hier, ne, äh, äh, ich hab das Ganze ein Jahr durchgehalten, mit Dauer von Misstrauen und damit verbundenen Abwertungen, ja, es ist leider ein typischer Verlauf, das ist ja, ähm, falls es in Richtung Borderline gehen sollte, bei ihr sagt man ja häufig so dieses, ähm, ich hasse dich, verlass mich nicht, so heißt es, so ähnlich heißt es ja auch so ein Buch irgendwie, ne, aber wir wollen nicht über sie philosophieren, warum bist du da, das ist die Frage, ne, stehst du da drauf, war Mami schon so, äh, das sind alles die Fragen, die man sich stellen muss, wenn man sein, wenn man sein Beutelstimmer verändern will, ne, das Ding hier ist tot, ne, das ist, äh, selbst wenn das ein Revival geben würde, wird das wieder genauso werden, das, das ist, einmal, einmal liebessüchtig, das Ding ist kaputt, das ist meine These, ne, könnte eine andere Meinung haben und, äh, könnte auch so eine Ex-Zurück-Geschichte gehen und sagen, guck mal, ja, nee, nee, die willst du nicht wieder haben, auch wenn du denkst, du willst die wieder haben, so, ne, äh, ich bin im Nullkontakt und ich sehe, dass meine, äh, Werte für ihre Bestätigung verkauft habe, boah, das wäre schon mal gut, mhm, es war einfach entwürdigend, aber es ist trotz der ganzen Nummer, sechs Wochen immer noch wie eiskalter Entzug mit obsessivem Nachdenken, es ist ein eiskalter, es ist ein Entzug, wovon? Von deinen körpereigenen Hormonen und Neurotransmittern, das ist toxischer Liebeskummer, also ich empfehle, also wenn es einem richtig, wenn es einem jetzt so, so psychisch wirklich nicht gut ist, gut geht, dann müsst ihr natürlich vor Ort, damit jemand reden, gibt es ja die normalen Wege, was weiß ich, Hausarzt, Therapeut, Beratungsstelle, whatever, ähm, sich da, ähm, ne, also, das, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht in jedem Video sagen, aber das muss man nicht immer so mitdenken, ansonsten kann ich dir natürlich mein Modul Null, äh, ans Herz legen für diese Beziehungsseite, weil da eben so Tools drin sind, dass man aus diesem Nachdenken rauskommt, und, äh, also kannst du zumindest ausprobieren, ne, ist, weiß ich nicht, kostet so ungefähr zwei Kinokarten, kann man ja mal ausprobieren, und, weil da eben so Tools drin sind, der, die sich eben bewährt haben, so, ne, das ist ja so mein zweit, meistverkauftester Kurs, und, ähm, ja, ich schreibe so auch noch, Albträume ist ganz normal, weil das ist, äh, viele haben auch Drogenträume danach, ne, die, ähm, träumen von ihrer Beziehung, wie von so einer Droge, also, diese Frau ist wie eine Droge, also, sie kann vielleicht nichts dafür, aber sie ist wie eine Droge, ne, und das musst du dir immer wieder klar machen, dass es keine Liebe ist, sondern du bist, du bist ein Junkie jetzt gerade, also, ich meine das jetzt ganz nett, ne, vielleicht bin ich mir jetzt nicht falsch, ich will dir nur weiterhelfen, weil, wenn man, wenn man sagt, okay, dann ist man nicht so, oh, ich habe was ganz Tolles verloren und du musst dir wirklich deine Gedanken auch angucken, was denkst du da über die Frau, hast du sie nur auf dem Podest, irgendwie so, ne, eigentlich wird es relativ, meine sechs Wochen ist es auch nicht lang, ne, aber das sollte eigentlich relativ schnell besser werden, wenn du äußerlich und innerlich, man muss sich auch dieses, drüber nachdenken, muss man auch unterbinden, aber dafür habe ich auch ein Tool drin in dem Kurs, ähm, so, ja, also muss auch dieses, das nenne ich immer innere Nullkontakt, dass man dieses drüber nachdenken, das kann man tatsächlich, es ist hart, also du kannst dieses Nachdenken unterbinden, du kannst immer wieder sagen, ne, das ist bei mir diese rote Kreuzübung da an dem Kurs, ne, ich, äh, ich werde unterbinde dieses drüber nachdenken jetzt, ne, gibt es auch noch viele weitere Tipps, wie zum Beispiel, was anderes ins Gehirn reinkippen, so, das Gehirn macht ja keine Leerstellen und dann, äh, ist jetzt momentan nicht dran und dann irgendwann mal auf die Suche machen, ähm, was, ähm, genau, vielleicht hast du auch Modulnusschlein, ich weiß nicht, also das musst du einfach konsequent anwenden, aber klar, wenn es jetzt einem, äh, das kann schon passieren, weil, liebe es, guck mal an, es überhaupt nicht gut geht, das will ich jetzt nicht immer wieder in jedem Video sagen, deswegen schieben auch überall Hinweise, dann, ähm, ja, muss man natürlich sich, äh, vor Ort Hilfe suchen, wenn es, wenn es dann wirklich psychisch schlecht geht, ne, gut, ähm, ja, was kann ich da noch zu sagen, ähm, also kipp was anderes rein, mach Sport, ähm, wie gesagt, bleib auch innerlich auf diesem Nullkontakt, äh, Bänder trennen, diese Geschichten, aber es ist hart, ne, so sieht toxischer Liebeskummer aus, ne, aber eigentlich, wenn man alles, ähm, anwendet, ähm, dann, äh, das ist das Gute bei Liebeskummer, das ist eigentlich grundsätzlich, es sei denn, man stellt den Ex auf ewig, auf dem Podest irgendwie, so, und man macht so gar nichts, irgendwie, das ist eigentlich grundsätzlich, immer vorbei jetzt so, ne, und wie gesagt, darauf würde ich mich mal konzentrieren, und dann, äh, überlegen, warum und wieso, dieses warum und wieso, ist sicherlich super wichtig für dich, aber das ist vielleicht zu früh jetzt auch, ne, also, nice geiles Leben starten, also diese ganze Abfolge, die in meinen Kursen auch drin ist, äh, so, gucken, dass man Beziehungen nicht so wichtig nimmt, äh, Retterthema bearbeiten, also, hier ist eigentlich alles, in dieser E-Mail ist eigentlich alles, äh, kurz angesprochen, ist eigentlich eine geile E-Mail, ja, vielen Dank dafür, ich wünsche dir nur das Beste, und vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Tipps in den Kommentaren, wir sehen uns bald wieder, ciao, rivalen, ja, ich hoffe, es soll ihm. Wenn sie своих, thinks das relativ huy Vielen. und ich mache, dann informiert von uns.